Hi Leute, ich stehe hier gerade im Sinus da. Ich schaue mir heute den Film Fantastische Tierwesen, Kinderweilsverbrechen an. Kommt einfach mit. So, ich bin hier jetzt drinnen und ich bin gespannt, wenn der Film anfängt, weil jetzt gerade fängt gleich die Werbung an und ich melde mich nach dem Film wieder. Ist das super? Hi Leute, wie hat es gerade Werbung? Und ich freue mich total drauf, wenn der Film anfängt und ich bin gespannt, wie es sein wird. Ich habe einige Fragen an Sie, Professor. Na, so eine Überraschung. Gerüchten zufolge ist Newt Scamander auf dem Weg nach Paris. Ich weiß, dass er auf Ihre Anweisung handelt. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung, Dumbledore? Hätten Sie je das Vergnügen gehabt, ihn zu unterrichten, dann wüssten Sie, dass Newt nicht gerne Anweisungen befolgt. So, wie ihr hören könnt, ist der Film jetzt vorbei. Ich fand ihn schon okay, aber den ersten Film finde ich besser. Und ja, da war viel mehr Action als beim ersten Film. Und es geht ihm auch sehr, ja, über Krieg. Und ja, schaut euch trotzdem den Film an. Ich finde die Rolle von Queenie aber nicht so toll, weil sie erstmal eifersüchtig war und dann am Ende ist sie zu Grindelwald gegangen. Also war sie auf der Seite von Grindelwald. Und ja, das war es auch schon. Schaut euch auf jeden Fall den Film an und wir sehen uns bald wieder. Eure Lena